Musik Und dann noch ein Segment zu veranstalten, dann schnell ein, 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 ein Satz übernimmt. Wundervoll, selbst in Frank Zai war sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir haben ja auch in Zeiten gesetzt, anders an die Erde. Und zwar nicht in der Trennung, im Denken von Trennung, sondern in dem Denken von Menschen miteinander zu connecten, die vielleicht ganz unterschiedlich sind. Gut, dann haben wir noch einen Kamseln und die Veranstalter, kannst du mir den Daniel ziehen? So, Hanna, ich bin sofort da, ich finde noch ein Problem. Ich stehe jetzt hier, ja. Brauchst du noch ein Interview? Wir machen das mal schnell. Ja, ich stelle mir die Frage sehr gut. Ja, du willst wissen, wie ich auf die Idee gekommen bin? Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich auf jeden Fall Hass eingestellt bin. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich sehr viel Eigenschaft habe. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich eine Jobstelle bin, habe ich die Mord und ich bin weggezogen sogar aus dem Kreiner Staat, die ich nicht so liebe und habe mir jetzt eine Frage überlegt, was kann ich tun? Ja, weil ich einfach liebe, weil ich ja eben geprüft Sport mag oder Turtle jahre. Das heißt, bei mir hat ein Dämon scheinbar schon über mich so Dämonen jahre umgekehrt. Da habe ich mir die Idee, einfach was zu machen. Das ist eine Idee, schon ein bisschen wie ein Team, was ich nur online zusammenstelle. Das ist alles in Ordnung, Leute, macht euch keine Sorgen. Genau, macht euch keine Sorgen. Das ist nicht alles, was glänzt. Das ist schwer, unseren Job zu schwachen. Und ich danke euch auch für die Unterstützung. Aber es ist auch nicht wirklich, als ich so lange bin, kann ich sagen, kann ich nicht nur klar. Ja, ich war auch mal. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da, für die Rechtsmitte. Ich bin da, für die Rechtsmitte, hier. Ich bin da. Ja. Du kannst doch die Adresse vorstellen. Den soll ich hier mitnehmen. Wir beide. Guck mal, ich geh. Ich hab die Pest. Ich hab die Pest. Ich hab die Pest, ja. Corona, du ja, weil wir. Corinna. Jo. Ich möchte auch eins mit dem Thorsten haben. Komm, hier. Ich hab endlich ne tragende Rolle. Dankeschön. Komm hier auch noch. Komm jeder einmal. Was steht hier überhaupt drauf? Ich weiß noch gar nicht. Ich lasse mich impfen. Ich hab schon gerade ein Scheiße gekauft. Darf ich den? Darf ich den? Ja klar sicher. Komm hier links oder rechts. Komm hier. Genau, einmal. Bitte? Okay, alles Gute. Dankeschön. Okay, so. Wollen wir jetzt inhalten? Mir ist kalt jetzt. Langsam wird mich kalt. Hallo. Ja, ja, aber der geht doch ganz runter. Ja, ja, aber der geht doch ganz runter. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön.